Okay, jetzt auf dem Grund. Okay, laut Signal bist du bei den Koordinaten. Eine Spur von der Beute? Nein, noch nicht. Bekommst du da oben Signale? Leider nicht. Okay, ich schwimm Strom abwärts. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Alles klar. Hey, deine Flasche ist nur noch zu einem Viertel voll. Bist du hochkommen? Nein, geht schon. Kann nicht mehr weit sein. Wenn du ihn nicht bald findest, war's das. Ich finde ihn. Okay. Hey, ich habe ihn. Was denn? Kein Rost. Richtige Farbe. Vielleicht ist es an den Felsen zerschellt und... Hey, dann nur Schülsten. Sorry. Sieht aus wie ein Stück unseres Wachs. Muss in der Nähe sein. Du machst mich neugierig, Drake. Aber sowas von. Ah, da ist er ja. Ich habe ihn. Okay. Wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Die Achsen sehen gut aus. Benutzen wir sie, um das Ding anzuheben. Klingt nach einem Plan. Okay. Dann mal los. So. Oh. Morgen, Leute. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Mal sehen. Das sind eins, zwei, drei. Nach meiner Rechnung fehlen uns zwei Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Komm lieber erst mal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ich schaffe das. Aha. Hab eine. Ach, Mist. Die Kiste steckt unter dem Anhänger fest. Hör zu. Sicher erst mal die andere Kiste. Dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Ja. Hab die andere Kiste. Da war es nur noch eine. Sichere sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Okay. Eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Und nach unten. Okay, ist in Position. Häng den Anhänger dran. Wir heben ihn ein Stück an. Okay, hab das Seil. Ich versuche es, um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. Okay, eins hab ich. Gut. Und achte auf deinen Sauerstoff. Das passt schon. Und das Zweite. Okay, Anhänger gesichert. Los geht's. Okay. Noch Platz. Wir heben ihn an. Ich bin soweit. Und hoch damit. Okay, reicht das? Ja, locker. Lass ihn nur nicht fallen. Wir werden sehen. Okay, ich hab die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. Na los. Komm schon. Geht doch. Oh Mann. Fertig. Die Ladung ist komplett und erfasst. Ich hab noch Sauerstoffe. Fünf Minuten. Oh Mann. Ey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Wird gemacht. Und aufhärts. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Oh, besser seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde wohl eine Woche nach Fisch stecken. Okay. Wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Was geht so, Jungs? Was geht so, Jungs? Schön, dich wiederzusehen, Drake. Ja, ich freu mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön. Danke. Der Tank ist echt leicht. Erleichtert dir nur die Arbeit, oder? Wie machen wir uns? Was denkst du? Vollständige Bergung? Vollständig. Neben dir wirken wir armselig. Ich lasse euch gut dastehen. Okay. Fertig. Das könnten doch auch Computer erledigen. Die Regierung hier hängt knapp zehn Jahre hinterher, was? Reden wir später drüber. Hey! Wie lange dauert das denn noch? Wir haben das Ding gerade aus dem Wasser gezogen. Mal sehen, was du hast. Hey! Lass doch nächstes mal jemand anderem. Du brauchst eine Pause. Nein, nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja. Na gut. Es wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Ach man, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schleppen. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Ja, klar. Danke. Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, nein, nein. Nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zische ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Kupfer. Hey, hey, Nate. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Äh. Ich hab ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich hab Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt mich locker. Das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert. Wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue. Der einzige, er... Er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal dieser Kontakt von dir. Hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate. Mit dem Geld hätten wir ausgesucht. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie's dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hm. Hör zu. Ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach. Ja. Buffalo war. Ja. 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 Vielen Dank.